Das ist Xavi und wenn man verzweifelt, braucht man einen Aufnahmekünstler, wie hier Ronaldinho. 30. Spielminute, 10 Applaus von Deggio und Messi. Messi heute nicht in der Anfangsformation, zu ihm Henri in der ersten Elf und sie feiern hier den Fußballkünstler Ronaldinho. Wunderbares Tor, Vollrückspieler, 5 Meter, die Distanz. Das war auch die größte Chance von Barcelona, die so unheimlich viel Ballbesitz hat.